So, und willst du dann am Ende deinen ersten Clear machen, ich mach den zweiten Kurbel in den dritten? Kann man versuchen, ja. Okay. Am besten immer, wenn so ne Wand kommt, da kannst du halt immer gleich mit durchstampfen. In der Wand kann hier keiner noch kommen, dann kannst du die Flächen auch noch mit zärteln. Kalina Disper? Aprikaner Disper. Guck das hier, hand euch dann, wenn wir das machen wollen, auch Cheetah ready. Achtung, die warst du noch mal danach? Ja. Lombi Disper? Wie steppt man denn da? Rätzt ihn besser. Bilt. Ab ihn. Nimm dich hier, wo ich bin, Mobo. Oh, du musst auch noch aufpassen, jetzt kommen wir mal High Damage jetzt, ne? Knockback, 14, debuffs, aufpassen. Achtung, kommt jetzt. Zumindest anscheinend hat er's delayed. Aber ist das andersrum? Andersrum? Andersrum. Egal, dass wer was bekommen, was actually fein ist. Not fixed, bitch. Ne, ist einfach Timing, glaub ich. Mit Damage war weniger Damage schon aus. Achtung, noch mal Missiles ablegen, bitte nicht in andere Leute reinrennen. Ich hab' dem sonst im Normalfall auch immer die, wenn irgendwas wirklich, dass ihr super weit hin seid, die Möglichkeit, wir haben drei Priester, Night Court, Grabs. Also, jetzt bin ich selbst ganz im Ganzen. Ja, gut. Auf, bin ich immer. So, Achtung, es kommen jetzt noch mal deine Debuffs, Missiles. Ich cast schon mal ein Mars. Das ist Ben. Passt. Okay, jetzt kommen noch mal, genau, Debuffs auf den Boden, beziehungsweise nicht debuffs, aber spitzen. Und Knockback dann. Steht nicht im Knockback. Es kann sein, dass ihr gewohnshottet werdet und danach eingraben. Schön aufstellen, guckt, dass ihr gut verteilt seid im Baum. Jetzt kommt ja erstmal nur Einschläge und Emotes spawnen. So, guckt, wo die Orbs sind und positioniert euch entsprechend ein bisschen. Geh was dir nach. Wo sinds da? Peace. Und Dispel. Marat Dispel. Okay. Das lecke Dispel. Das lecke Dispel. Das Marathon gemacht. Wenigstens das Erste geworden? Vielleicht. Nein. Gerade. Ach doch. Aufpassen, jetzt das Mixed-Deutsch pflegt. Jetzt nochmal ein paar Mal. Nehmen wir mal Debuffs, die einfach kein Mist damit bauen und dann kommt wieder der Spaßfaktor. Purell, Dispel. Hilt ins Sein. Aufpassen jetzt auf die Orbs. Da sind sehr viele in den Pfützen. Alex, wo ist die bei euch da eine sehr nah? Passt da bitte auf bei Magic rechts von dir. Ich mach grad Timmeln. Ich kann da nix. Okay. Guck bitte, dass nix durchgeht. Und danach ist nochmal. Finish das. Geh stein falls es knapp wird. Finish das shit. Okay. Es kommen nochmal Einschläge, die wir ins und dispeln können. Die Orbs müssen wir trotzdem noch triggern. Passt auf. Trotzdem noch wegtriggern. Grüß du, ich mach die zwei hier hinter. Oder willst du mit Gamma? Ich kann mal Lüften. Okay. Wir müssen jetzt den Übergang direkt danach haben. Passt auf. Passt auf. Passt auf. Habt ihr spellen, oder? Ja, ja. Einfach rein. Einfach rein. Sehr gut. Jetzt nicht dumm sterben. Wir sind super weit hinten. Achtung. Einschläge. Nicht umbringen. Nicht wahr, ich hab immer Angst zu casten. Weil ich immer denke, squaking. Ohne Witz. Mein Brain ist so kaputt. Knockback der erste. Achtung. Nicht runterfallen. Wieder ablegen. Debuffs. Hiernach gleich die Master Spell Debuffs. Die Master Spell kommt dann, dann nochmal Debuffs into, also ablegen, into Knockback. Knockback. Achtung, nicht drinstehen. Die Achtung. Nicht runterfallen jetzt, dann nochmal ablegen. die sterben sehr gut noch back noch mal ja dann noch mal ihr könnt eure person jetzt nutzt die fürs eingraben ich resette euch die dann noch mal wir haben mehr der mensch als eben gut ja eben als einfaches spiel nicht kann ich ruhig sein nur die wichtigsten ansagen fertig ich warte aber eventuell zwei sponsor und stellt euch entsprechend auf wer safe durchstecken kann macht der rest läuft einfach sehr sehr viel auf der rechten seite aufpassen und wie gesagt sind sehr oft einfach sehr weit hinten halten so gut das geht die dinge das war es passt jetzt mal kurz sehr guten damit versucht euch jetzt einfach auf die ords zu fokussieren Schau mal, brechen entfüllen. Kirstie ist down, retz sie mal bitte, wenn er kann. Ja, retz sie mal, guys. Der geht dann durch, der geht dann durch. Nein, 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 ich hab dich ab, ich hab dich. Horrassig. Ey. Ey, 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 ey. Der Boss ist einfach nur ekelhaft, Mann. Ey, 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 ey. Ben, ich musste da gerade kalten.